Wir sind jedenfalls auch. Wir sind jedenfalls. Wir sind jedenfalls. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr 2022. Hier haben wir wieder das Superlager gefunden. Ich bin auch so oft da vorbei. Vielleicht gibt es auch seit kurzem. Ja, voll nice hier. Der Kinderlageraufbau gefällt mir echt gut gemacht. Das ist eine super Lager. An einem großen Baum dort gut genutzt. Schön gemacht. Hier noch der Ausgang. Stierlhänse da am Tisch. Haupteingang. Hauptausgang, wenn man will. Eingang, Ausgang. Da haben wir nichts zu stören. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Vielleicht können wir noch ein paar Minuten langlaufen. Soll eigentlich nur ganz kurz sein. Gut neu erwünschen. So das Ding von außen aus. Bizarrend, würde ich mal sagen. Aber gut getarnt. Ja. Das ist ja auch was einfallen lassen. Das ist die Boys. Und die Girls. Laufen noch ein bisschen lang. Ja. Von Natur umgeben. Ja. Wirklich wieder bezaubernd, herrlich und wunderschön. Immer ein Element in der Natur. Ja. Ja. Guter Winterjaggen. Ist zwar Sonnenschein und Bombenwetter. Aber man weiß ja, wie es ist oder sein kann. Ist auch noch frisch. Ja. Ja. Ich kann noch was. Ich noch ein bisschen bezaubern mit irgendwas. Ja. So. Ja. Oder einfach mit sowas. Das hat ihn gerade ganz geschick gemacht. Ja. Ja. Ich bin voll in meinem Element gerade. Und. Freie mich. Vor allem bin ich in der Natur. Ich liebe die Natur. Ja. Ja. Der Baum ist gesund. Der Baum, wo ich letztes Mal gekickt habe, war krank. Der war schon tot. Das habe ich nicht voll dagegenhauen können. Der Baum ist gesund und stabil. Deswegen machen wir dem Baum nichts. Und deswegen berühren wir den Baum auch nicht. Aber der Baum, letztes Mal, wo er tot war, war der Knolle hart. Also der. Also das war noch Hartholz. Immer die Natur respektieren, Freunde. Ja. Oder immer schöner, immer besser. Ja. Ich hoffe immer, die Kicks kommen so gut rüber, wie es sich anfühlt. Ja. Ist auch eine gewaltige Höhe. Ja. Fast zu hoch. Ja. Fast zu hoch. Ja. Da unten kommt ein hartes Steuner, deswegen habe ich den gekommen, ich breche mir jetzt neue jahre nicht alle gerät, das ist dann eine öfters gebracht, weil ich so ein Rad gesprungen bin, auch wenn so harte Steuner kommen und harte Baumwurzeln, das muss jetzt auch nicht sein, egal wie die Natur wieder so Kunst schafft, aber ich hoffe, meine Kicks sind euch trotzdem gefallen, ja. Und wenn da, das ganz linke ist ein Steu, das ganz recht ist ein Steu und Wurzeln und sonst was, und zwischen der Erde sind auch noch harte Steuner, wenn du da gleich aufkommst, dann wäre es das gewesen. Die Natur schafft wieder die schönste Sache, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir schon geredet haben, ich sehe da gerade keine Minuten, ich zeige dir jetzt mal. Hat ein bisschen Feeling, wie von Rambo 1, Forstblatt. Aber da ist okay, da sind keine harte Steuner, ist fast nicht ganz so hoch, aber fast die Leih, ja ein bisschen Gewinner. Da ist fast genauso hoch, von daher, da haben wir es eher. Wieder weg. Aber das Aufkommen war schon ein wenig hart. Also, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, liebe Freunde, Fans, treue Anhänger, ihr hättet euch verdient. Und wir starten durch dieses Jahr, Freunde. Let's go!